Ich nehme eigentlich schon wieder. Wunderschönen guten Morgen, Führerschein und Fahrzeugpapier bitte. Okay Frau Fratz, wo kommen Sie denn her und wo wollen Sie jetzt hin so spät noch? Ich war ein bisschen feiern, aber ich habe nichts getrunken. Und auch keine anderen Drögen oder sowas. Nein. Dann hat sie jetzt ja auch nichts dagegen nochmal zu pusten, ne? Da dachte ich es mir doch, 100% haben sie gepustet. Hä, wie, was für Prozent? Ist doch Promille oder nicht? Ja, was labern Sie denn jetzt hier auch noch von Promille? Ist doch überhaupt kein Alvorohltest gewesen. Was denn dann? Frau Fratz, das war der Spackentest und Sie sind völlig durchgefahren. Sie sind ein Vollspacken. Bitte steigen Sie direkt aus dem Fahrzeug aus. Können Sie mich gerade verarschen? Es gibt neue Vorschriften und Spacken dürfen leider kein Auto mehr fahren. Sie machen sich hier strafbar, Frau Fratz. Entschuldigen Sie bitte mal, aber Sie sind doch selber Voller-Spacken. Warum fahren Sie denn Auto? Was ist das denn? Hä? Kommen Sie jetzt bitte mal klar, das ist Beamtenbeleidigung gewesen. Sie sind jetzt direkt... Sie kommen jetzt mit auf die Wache. Sie kommen jetzt mit. Los. Kommen Sie mit. Einen Arsch mache ich jetzt. Ich fahre jetzt weiter. Na gut, für 300 Euro Bar würde ich jetzt auch nochmal ein Auge zudrücken. Sie wissen aber schon, dass das Bestechung ist, ne? Ich könne Sie anzeigen, theoretisch. Was reicht jetzt? Sie Spacken steigen aus dem Auto raus. Frau Verstärkung hier bitte. Ich hasse Sie.